Hallo und herzlich willkommen auf allen unseren Social Media Plattformen. Es gibt neue Nachrichten und deswegen melde ich mich. Ich gehe ab morgen wieder ins Krankenhaus, da ich nicht recht gut sehe. Das wird so circa eineinhalb Wochen dauern. Aber das ist nicht wichtig für euch. Ich wollte es nur gesagt haben, falls sich jemand meldet. Aber ich werde meinen Laptop mithaben, also kann ich auch auf E-Mails antworten. Das Wichtigste für euch ist, dass wir unser Founding-Ziel erreicht haben. Dankeschön dafür und danke für die viel Unterstützung. Das hat wirklich sehr geholfen und ich hoffe, ihr unterstützt uns weiterhin. Wir lassen 300 Bücher drucken, also könnt ihr noch genug vorbestellen. Was auch wichtig ist, die Aktion auf Startnext endet am 30.11., da wir das Geld dann natürlich schon brauchen und es erst 14 Tage später ausgezahlt wird. Dann ist noch wichtig zu wissen, dass wir Probleme, also Probleme, wir haben eine E-Mail bekommen von unserer Druckerei, dass wir im Dezember keine Bücher mehr drucken, keine Aufträge mehr annehmen können. Und daher wollen wir das noch bis Anfang November, Mitte November machen lassen. Was aber ein bisschen schwierig ist, da wir noch nicht komplett fertig sind. Also die Kapitel sind fertig geschrieben, nur sie müssen noch überarbeitet werden. Es kann also sein, und das tut mir sehr leid, dass wir es im Jänner veröffentlichen können. Aber wir werden uns ermöglichen, das tun, bis zu Weihnachten fertig zu werden, also dass ihr Weihnachten eure Bücher habt. Und ja, dann wird es in nächster Zeit noch einige Nachrichten geben. Die findet ihr am leichtesten auf unserer Facebook-Gruppe. Einfach Buchprojekt und ich lebe noch eingeben. Dann kommt ihr auf unsere Facebook-Gruppe. Es würden uns freuen, wenn ihr dort teilnehmt. Weitere Unterstützung in Form von Spenden und Bücherreservierungen würden uns natürlich auch freuen. Wie gesagt, bis 30.11. Ja, dann war's das mal wieder. Danke fürs Zusehen. Eure Ines. Ciao.